Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen in Ziegelbrücken Glarus Am Sonntag 28.05.2023, 12.20 Uhr, ereignet sich auf der Höhe des Kolonieguts in Ziegelbrücken ein Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Die beiden Radfahrerinnen fuhren auf einem gut übersichtlichen, asphaltierten Weg nebeneinander in dieselbe Richtung. Aus bisher unklärten Gründen kamen beide gleichzeitig zu Fall. Bis auf Schürfungen und Prellungen am Unterarm passierte einer Damen nütz, während die anderen mit unbekannten Verletzungen durch die Ambulanz in Spitalpflege gebracht werden mussten. An beiden Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. Noch mehr lokale Nachrichten aus der Schweiz. Abonniere jetzt unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen auf unserem Kanal.